so hallo und herzlich willkommen zu diesem video ich spiele jetzt gleich noch nicht das ist jetzt der jonas der jetzt gerade ein ipod in der hand hält und der probiert jetzt einfach mal aus der noch nie so richtig gespielt und danach werde ich ja mal spielen und ja ist jetzt einfach mal das vertrete let's play also fangen wir mal den oder kannst du dir selber aussuchen was du jetzt haben willst ich finde maßwitzig ist aber schwer wurscht also probier mal und könnte gerade können das sogar knacken der ist 1500 dreh den ipod nicht so sind es so krumm schau auf die kamera 1.562 meter musste knacken sieht man immer so schlecht auf der kamera deswegen sag ich das immer ganz nur weiter rüber box nicht hin und her bewegen nicht musst mit break und gas geben jetzt kommt was warum und das ist eben genau das schwere auch in der panzer schwer ist es das trotzdem noch schwer weil klatsch wo sowas abgebrochen und kein panzer mehr ja immerhin erfährt noch das sieht so ein bisschen komisch aus davor sah er besser aus du hast ihn einfach zu weit links drüben egal ob das haupt sei es noch mit im bild tank ruhe da kommt ja gar nix mehr zeit zu darauf super du bist bei 6 wo 100 ach das ist fast wie im ding das ist komisch auszuschriegen du sagst ja gar nix ja braucht man ja nicht wenn ich spiel muss dabei was sagen der hat übrigens auch in youtube kanal also ja besser gesagt ein konto weil er lädt keine ich spiele gerade mit dem werkzeug um akkuschrauber ja ich spiele damit also soll ich jetzt einmal spielen ja wach du mal ok also ich würde mal sagen kurzes video pause und wird dann reingeschnitten danke so es geht weiter wir haben jetzt bloß vergessen den ton anzuschalten gerade vorhin hörten wir jetzt überhaupt was es ist gestern um halb elf noch ein update rausgekommen da war ich noch wach das wollte ich euch jetzt auch mal noch kurz präsentieren also es gibt für das squatbike für das radica und für den panzer wie in den kommentaren steht beim dritten video was der jonas reingeschrieben hat wurden wurde jetzt ein ton hinzugefügt wie ihr hört das gab es jetzt beim dritten let's play noch nicht es ist natürlich dasselbe ton wie für hill clambracing typisch ist und ja und ich finde es ist aber es fährt sich irgendwie besser das darf alle fälle schneller als ich glaube ich jetzt eher an diesem quad bike die neuen autos sind allgemein schneller auf das rally car der panzer nicht aber das ist ja auch kein auto salto geht leider nicht ich weiß nicht warum ich jetzt hier gerade herum fahr aber ich wollte euch jetzt einfach den ton zeigen bei den anderen kann ich es euch auch noch machen aber ich fahre es halt einmal bis ich am kopf land oder kann dank mehr habe was bei mir öfter vorkommt ich werde vielleicht noch ein video mit tipps machen aber das würde ich jetzt mal sagen hängt von euch ab tank äh tank uah kopf der fliegt mir ja gar nicht so ein ding runter da wäre er gewesen ja genau hier wäre er gewesen wenn er hin wenn er fokussiert ähm genau wenn also wenn ich noch ein tipps videos mache ein tipps video machen sollte schreibt es in die kommentare von diesem video oder von allen anderen hillclimb racing wegen mir auch alle videos die ich hochgeladen habe weil ich bekomme das ja per mail geschickt wenn jemand einen kommentar postet und ich wollte jetzt noch das rally car zeigen ich habe die töne auch noch nicht selber gehört da fahren wir jetzt aber rein dann schauen mal schauen wow das sieht mal ganz anders an alter schwede gibt es autogas ja auch ein rally car yeah uuh ey das ist ja mal geil das fahre ich jetzt auf dem ding das fahre ich jetzt auf der highway hookway wow ok das gibt mal gas ja wunderschön zu sehen die steuerung es gibt nur gas wuh wuh ey das ist ja krass wie weit man da kommt wir sind wo steht es 494 meter gekommen mit nur gas geben und haben 6530 counts verdient das ist nicht schlecht nein das wollte ich auch machen das kostet 30.000 nein 300.000 euro das hier 300.000 euro für downforce können wir uns nicht mehr leisten können wir uns nicht mehr leisten können wir uns nicht mehr leisten das ist so teuer aber das auto ist geil das ist jetzt ab jetzt mein lieblings car car jetzt mach mal den ton schön hörbar ich hab immer die hand zuvor ich geb immer nur noch voll gas jetzt mach ich es nicht mehr mal schauen was man da für ein rekord hinlegen ob man da ein rekord hinlegt weil das auto ist ja mal absolut bombenschnell und das ist ja schon ziemlich ein highway da muss man ja wohl gas geben ich glaube aber der ton ist zu laut ich hab's nie ich hab nicht den bildschirm ausgeschaltet wie ich schon so oft geschafft hab weil ich immer da irgendwie probiere mit der linken hand ähm den ton leiser zu machen und dann wupp Bildschirm weg oh scheiße ah das fliegt schon so leichtes auto wie sich der ton verändert wenn ich die hand weg tue äh die finger weg tue ich dachte immer das Leck an dem Ding immer den tank einsammeln ja nicht vergessen das ist schon mal der erste tipp beschleunigen tut es nicht schneller beschleunigt sogar der Panther schneller aber wenn es dann mal ein Pfad ist ist es wirklich krass krank fast schon wow yeah das war doppelter Backflip yes voll geil aufgekommen wo ist der tank wow ich mag den tank haben oh oh unser tank ist alle ja das war knapp ja aber mit so einem geilen rally car also ich finde das hätte eher racecar heißen sollen und mein armer kopf ist gebrochen aber wir haben 1.900 was heißt das 81 meter geschafft wir haben 8.960 coins verdient 80.960 coins keine ahnung wie das heißt das heißt wir können uns nichts kaufen ich nicht ne du brauchst 300 300 300.000 was fahren wir denn jetzt noch mit dem rally äh alien ist scheiße das ist wie Schnee bloß noch hässlicher weil es so dunkel ist wow nickflip nextflip 97 meter ein wahrenrekord jetzt hängt es voll an der Kamera ipod und er kann es natürlich nicht mehr fokussieren egal fokussier fokussier jetzt fokussiert also mit was fahren wir jetzt ich muss jetzt nochmal mit dem Jeep fahren einfach mal nur voll wie am Anfang Jeep fahren auf uuuhhh der Ton ist schon so geil ok das klingt irgendwie wie beim Zahnarzt das klingt irgendwie wie beim Zahnarzt Wie die sind, das macht tutu. Oh, das ist etwas nicht mehr. Tututututu. Das ist gut. Tututututu. Tututututu. Tutututu. Tutututu. Der ist mal so lahm und so, ja, ungefedert. Das ist ein Schieb, hallo, der soll doch mal ein bisschen gefedert sein. Schreck macht er auf alle Fälle. Schwer ist er, glaube ich, auch. Ja. Da war sogar der Panzer leichter. Nee, 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 nee. Da hast du das verklutscht. Das war bloß Ding, das war bloß Mars, weil Mars ist genauso wie Moon. Also ungefähr, und da fliegst du ja leichter, ne. Weil es ja schwere Losigkeit ist. Aber beim Moon ist es viel krasser als beim Mars. Also beim Moon kommst du nicht über 2000 Meter, weil du einfach stundenlang in der Luft bleibst und mega Glück haben musst, dass du mal einen Tank erwischst. Da sammelst du ein-, zweimal den Tank ein und das war's. Und dann bist du tot. Na, tot nicht, hast halt keinen Tank mehr. Sieht, da kommt nicht immer so ein Hügel hoch, das ist ja mal voll der... Ach, ich hätte auch weiterfahren können, wenn wir uns nicht den Kopf gebrochen hätten. Oh, schade. Eigentlich ist ja richtig schade. Ja, das ist mal absolut scheiße, das finde ich, das ist voll die Fehlproduktion. Das ist nicht schlecht, das ist auch nicht schlecht, das ist, ich mag's nicht, das macht immer so blub, blub am Boden. Das ist das geilste und das ist das lahmste, aber immer noch beste. Scheißmusik. Ton lassen wir. Auch wenn wir ihn fast nie anhaben. Du musst, kommt jetzt ein bisschen blöd, so bum, 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 genau so. Ja. Äh, ja und ich glaube, das war's jetzt auch mit diesem Video. More. Fingersoft. Also der Hersteller ist Fingersoft at Google Plus. Also wenn ihr Fingersoft bei Google Plus atten wollt, oder bei Twitter, oder bei Facebook, oder... Was heißt das? About? Keine Ahnung, was das ist. Kenne ich nicht. Share. Und More Apps. Ja. Auch ganz wichtig, ich muss mir unbedingt mal zeigen, hier, falls ihr ein bisschen eure Kohle wegschmeißen wollt aus dem Fenster, at Free, at Free. Hm. Der kann jetzt hier die Preise nicht anzeigen, deswegen steht jetzt hier at Free. Normalerweise stehen da die Preise, aber er hat keine Verbindung zum App Store, haben wir wohl keinen WLAN-Empfang. Egal. Eigentlich müssten wir hier vollen WLAN-Empfang haben, aber bisher mal egal. Ja, das war's jetzt auch mit diesem Video. Jonas, ach, tschüss. 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 Ja. Er fliegt mir ein Bildschirm aus. Oh. Hm, war wohl zu schnell, das war jetzt ein Screenshot. Ähm, egal. Ja, dann sag ich auch ciao und schreib dir in die Kommentare, ob ich ein Tipp-Video machen soll, Tipp- und Tricks-Video. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Hill-Climb-Racing. Fokussier, 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 fokussier. Und... Fokussier. Jetzt aus. Through Sie. Äh. brokenacer. Terminal. Euer fokussier, fokussier. ... ... Vielen Dank.